Silber gehört zu den Metallen, die auch natürlich in Reinform vorkommen, sodass die Menschheit schon von Alters her dieses glänzende Metall kennt und schätzt. Ursprünglich wurde es vor allem für Münzen und edle Haushaltsgegenstände verwendet und hierfür mit Kupfer legiert, um die Härte und Festigkeit zu verbessern. Bekannt ist hier vor allem das Störlingsilber mit 7,5% Kupfer bzw. 92,5% Silber, sodass es beim Schmuck die Prägung 925 erhält. Silber besitzt zudem die höchste elektrische Leitfähigkeit aller reinen Metalle. 1727 stellte Johann Heinrich Schulze fest, dass sich eine Schlemme aus Kreide und Silbernitrat im Licht schwarz färbt und legte damit den Grundstein für die Fotografie. Es dauerte jedoch noch bis 1840, bevor Henry Fox herausfand, wie man die erzeugten Bilder auch fixieren konnte.